Guten Morgen und willkommen zurück zu Genshin Impact, den zweiten Teil noch einmal an der Solo-Kampagne und es geht relativ schleichend, so schnell geht es leider nicht bis zum Level zuerst zu kommen, aber das muss nicht ordentlich negativ sein, kann ich einfach nur als Singleplayer dann ein bisschen genießen, ohne Stress. So, wo sind wir? Wir machen einen guten Kaffee, das darf nicht fehlen. Stimmt, mit der schönen Aussicht heute, ohne Schlag aufgehauen. Da gucken wir mal weiter. Hoffentlich klappt das alles besser mit den Sachen auszuwählen am Menü. Ähm, ich müsste einfach gucken, was meine Missionen sind. Und die sind hier. Nein, das geht auch immer nicht besser. Also, wenn ihr den Scheiss erfüllt. Alle komm. Hopp, 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 hopp. So, schau mal. Äh, Abenteuerstufe 10 sind wir nicht gerade. Mit dem Gleiter in die Luft. Ja, das kriegen wir locker hin. Sprich mit Amber. Das sind wir ja. Das sind wir ja. Das sind wir ja. Wenn wir ja jetzt frei sind. Das sind wir nicht so cool. Zwei Lüften. März, müsste halte mein Video kommen vom ersten Tag. Dann denke ich, dass heute das in der Sonde wird online kommen. Also an Zeit für den 2D ist zwei Videos. Das ist schon ganz okay. Ich lasse mich leicht ablenken und fliege zu hoch. Äh, eigentlich ganz gut. Ja. Hm, doch. Ne. Wir haben eine Gliding-Licenz, um in Mondstadt zu schlafen. Oh, aber wir haben jetzt schon seit Jahren geblieben. Das ist das erste, was wir über das gehört haben. Ja, du hast allgemein geblieben. Jeder hat es gemerkt. Also, hast du uns geschaut, weil du uns eine Gliding-Licenz geben möchtest? Kein Weg. Die Knights von Favonius haben strikte Regeln. Du musst einen Examen passen, und nur dann werden die Knights deine Leistung geben. Heute bin ich hier als Examiner, um deinen offiziellen Gliding-Exam. Ich gebe dir deinen Gliding-Gleider, also das ist meine Verantwortung. Zumindest ist das, was Aging-Grandmaster Gene sagen würde. Einen Examiner?! Ah, was eine Schmerz in den Mund. Und dann wieder, seit Amber der Examiner ist. Ich bin sicher, dass du es durchgeblieben wirst. Ich meine, die ganze Stadt sah, wie gut du fliehst, den Tag, dass die Sturm-Terror attackierte. Also, ich bin sicher, dass du keine Probleme hast. Kein Problem. Aber wir müssen die Regeln immer wiederhören und sich gut fliehen. Okay. Hier, nimm das Gliding-Manual. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Erinnere mich, wenn du fertig bist. Ich bin auf Windreise. Die Nights des Favonius Gliding Manual klingt nicht wie eine lustige Reise. Dann sollte ich lieber mal anfangen, nachdem Amber ihres Weges... Oh, das war wohl zu schnell. Du hast noch nie zu finden, das die wichtigste ist. Als die Gäste sprach, die Wind brachte die Fähigkeiten von einem Dandelion hoch in den Blumen. Die Zähne brachte ihre Wände, aber die Flüge war zu schwer, zu lassen, dass sie über die Erde überstehen. Also, sie nach der Gorge, wo die Wind gezeigt hat, ihre wilde und unverlässliche Kraft. Die Zähne brachte ihre Wände über die Flüge, und schlappte ihre Wände über die Wände, bis sie auf die Flüge fliehen können. Die Zähne brachte ihre Wände in den Blumen. Die Zähne brachte die Zähne, und sagen sie, Wir verstehen jetzt, alles wir brauchen war eine stärkere Wind, um zu fliehen. Die Zähne brachte die Zähne, die Zähne brachte die Zähne, was nicht Wind, sondern Courage. Es ist Courage, das hat dir die ersten fliegenden Zähne in diesem Welt zu werden. Hm, das ist eine cool Geschichte. Aber ist das Nights Gliding Manual wirklich in diesem Stil? Ja, die Leute in Mondstadt lernen das Fliegen wirklich auf romantische Art. Hm, anyway, let's go find Amber! Let's go! Von Wind, Tapferkeit und Flügeln Akt 1 Reisender, wie ist es so in Taiwan? Sag uns gerne deine Meinung! Schließen! Okay! Oh, also weit fort! Ähm, du kannst mich doch bestimmt auch irgendwie tele- tra- tele- teleportieren! So! Du magst, ne? Wählen! Teleportieren! Du hast halt schon ein bisschen Mino! Hallo, Elite! Ne! Das hat sich aber Kettung viel wie vor des Vincents fast alle! Ah, ja! Ja, ne! 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 So, das ist aber hoch. So, Heim ist aber gut. Schatztruhe. So, ich will nur noch gut hier ein Level abnehmen, aber hier ist das Stufe. Das ist aber gut nicht schlimm, ich fahre wirklich bis es mir schwer wird. So, ich will nur noch gut hier sein. Okay. So, ich will nur noch gut hier sein. Dusch gelesen schon, aber... Nein, nein. Vielleicht. Nein, nicht die Geschichte. Paimon bedeutet das mit dem kleinen Pferd, der zu fliegen wollte. Äh, was? Lass mich mal schauen. Oh, schau, das ist das Geschichte, das ich als Kind lernte. So? Entschuldigung. Ich habe beide Bücher in den gleichen Pfeil gelegt, und muss ich den falschen einen, als ich los war. Wie in der Hölle hast du eine Bedtime-Storie mit einem Instruktion-Manual? Oh, Paimon, du bist so gross. Äh, äh... Das ist so schrecklich. Ach, Amber, es gibt Probleme. Es ist, weil... Vielleicht deep down inside... That fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. Uh, but... Anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay, then. You just need to follow the marked route to the finish. I'm ready. But... You too! I am ready. Mmh! I am ready. I am ready. You too. You are not ready. This is your magic. Okay, komm doch nicht mit mir. Amber! Okay. Nein, das war nicht gut, ne? Zum Schluss war nicht so gut. Ich wäre so froh gewesen, wenn ich noch hinzuzummen hätte können, an dem schönen Sonnenuntergang. Wobei, Sonnen misst du auch noch hinzuzummen. Oh, das war halt. Okay. Genau. Geh mal rein zurück. Ups. Bisszuzummen. So. Okay. So. Supi. Super. Super. So. So. No. Hi. Amber. Hey, hier, hier, ich bin alle bereit, wir gehen mit den Examen. Das ist das gleiche, wie vorhin. Geh durch die Marker-Einrichtungen, und geh zum Schluss, ohne zu stoppen in der Mitte. ja kannst du für mich flähen okay das ist Du hast dich nicht wehren, oder? Als du bereit bist. Bleib einen fernsten Begriff auf der Wege. da kann man schon halt durch da kann man vielleicht rüber soo wo sind die nächstes oh die sind H sie kommt soo äh war das nee ok kurz pausen easy you've flown this way before anyway once you've passed this final stage you'll finally be able to get your very own gliding license just keep thinking about that license ready here we go Ich bin Otto von Favonius. Graf von Hoppel hat sie gefressen. Ich bin Otto von Favonius. Wieso? Die Königin von Favonius bekommen eine Freundin von einer Freundin in der Katedral, zu sagen, dass sie einen Raptor über diese Partei sah. Ich dachte, dass dein Student hier sein Partner in der Krise gewesen wäre. Jetzt siehst du verdästigst du allmensch, die einen verdästigen. Irgendwie rundherum fliede oder weh? Ach. Raptor? Wer ist das? Unkommenehm Kriminal in Mondstadt. Er benutzt immer einen Windgleiter, um seine Gründe zu machen. So people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the Cathedral with a precious artifact. An amp, but he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Kein Problem. Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Gene. Yes! So. Das ist ein komischer Vogel. Das sind so weit. Kusswagen. циsten. So. So, dann noch mal schon Abenteuer Stufe Ning. also alle dach, ups, ein bisschen, bitte so mal nicht das schlug beim Heu aus auf, das sieht gar nicht so gut aus oh mein Gott und ich neig für das mein Stamina bisschen und los geht's du hast Lehren was ist das? verringert beim Rennen, Ausdauer ich hab belebt die mit Lp Lebenspunkte brauch ich solo nicht was ist das? 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 ein abgebrochener Zweig oh Paimon knows es ist von einem frame of a wing glider therefore there are no elemental traces on it it looks like it's just a plain old tree branch hmm a strip of cloth with animal markings on it looking at the design looking at the design and the way it's woven there's a good chance it came from a wing glider wow outriders have to be textile experts now? it's a harder job than Paimon thought if this really belongs to Raptor it must mean his wing glider is broken hmm how do we know if this was left by Raptor or an animal slime? animal slimes are airborne creatures they don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off hmm how do we know if this was left by Raptor or an animal slime? either way let's make a mental note of these markings they're very clear it appears that the elemental markings point this way huh well do you think he ran off ahead? there's only one way to find out come on we should keep following the markings ooh what's that? looks like something's going on up ahead it sounds like there's a battle going on could that be Raptor? quick let's keep going let's go where is this fight? I'm gonna teach them all this there you go oh wind blade this is strong we'll have another one leave it all to me someone needs assistance force ah 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 oh ah 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 a nde how's that? ah 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 Was ist passiert? Ich kann nicht glauben, aber die Hillychurls hat uns geholfen. Glückwunsch, ich ausgeren sie. Hillychurls? Aber ich dachte, dass die Knights of Evonius hat die meisten der Hillychurl-Kampen in diesen Bereichen geholfen. Es ist eine kleine Kampen, nicht zu weit von der Stadt. Die Route, die ich auf meine Delivery-Runs verabschiede, ist, dass ich sicher bin. Aber heute... Some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Hmm... Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out in the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny-looking? In what way? He was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the Hilly Turtles. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the Hilly Turtles as soon as possible. Oh, I guess. Ok. Weiter auf Sprungmarkt. Oh. Was is here? Hm? Hm. 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 Oh, oh! Another test subject! Suffocate! Oh! You're helpless! Uh! Huh! Huh! Freeze! Huh! Huh? 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 Was ist das? Was sind wir? Du bist offen! Freitlich! Du bist offen! Wir sind offen! Ah, bitte bitte bitte! So, na, in! Hey, das war schon... Es gibt keine weiteren elementaren Spuren. Der Elementalkraft auf dem Artefakt hat sich ausgewertet. Raptor muss sich herausfinden, dass die Markungen seine Position verlassen würden und seine Minionen ausgewertet haben. Damit, wenn der Effekt ausgewertet wird, kann er seinen Weg machen. Er wird nicht davon ausgewertet, nach ihm! Ich will dann auch schon rum abhauen, weil ich Level 15 soll sind. Ach, schiss! Na, los, mal da durchschusschen! Ähm, genau! Ta-da! Tu man noch, hei! Äh, Opfere der Statue. Palmon schlägt vor, dass du zu einer Statue der Sieben gehen solltest. Das kann ich machen! Oh, das war nicht was. Oh, das war nicht was. Okay. Oh. So, Gliesa ist tot, äh, gesinne Schraschens. Ähm, muss ich gucken. Gliesa. Oh. 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 So, du siehst du mal, geschwinde bei der Statue. Und Lisa, so rum du. Statue der Sieben. Anbete. Äh. Sollen wir alles darbringen? Machen wir ihn. Okay, cool. Da ist Togagumrop. Ja, wenn wir das schon 300, dann machen wir das. Maximaler Ausdauer, 114. Das Mädchen mit den Armen am Nebensiegel. Cool. Marioli, Mariuri. Oh, okay, ich habe mich schnell. erfüllen die high temple in der gimme auch nach aber am liebsten wenn man online koop spielen wirst du niederstatt ach so ja dann äh kannst du mich auch in der teleporter ja dann schau 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 guckprin herr die hier du Heimann erkennt mich. Das ist sicher. Haha, was habe ich dir gesagt? Diese sind alle wehre Items, die von Adventurers zurückgebracht haben, aus allen Körnern der Welt. Ist es etwas, das dein Eingang aufhört? Keine Chance. Ich habe es vergessen zu sagen. Ich arbeite auf einer Verhandlungsbasis. Gute für Gute. Keine Mora hat es hier akzeptiert. Ich habe versucht, etwas etwas spezielles zu machen. Und ich brauche eine Menge Animo-Sigile, um sie zu machen. Hast du auch Animo-Sigile mit dir? Haha, es scheint, dass der Animo-Archon übernimmt von deinen Erinnerungen. Mehr zu dem Punkt. Welche Animo-Sigile, die du findest, kannst du hier für Etems in der Shop. Okay, ähm... Verbesserung von Figuren... Material zum Aufstieg von Waffen... Aktivierung von Sternbildern... Oh, es ist ja teuer. Mora? Überall in der Welt verwendet das Geld und damit die Sprache, die jeder... Okay. Ähm... Was ist denn, wenn man davon hat er wirklich schon brauchen? Was ist denn, wenn man davon hat er wirklich schon brauchen? Pfff... Animo-Sigile sind überall auf Mondstadt. Wenn du dich kurz findest... weiterentwickeln. Ja, danke. Absolut. Was könnte besser als ein Geschenk vom Animo-Archon sein? Haha, okay, du hast es geschafft. Es ist eigentlich eher kompliziert als das. Aber es ist leichter für die Leute, die zu verstehen, wenn ich nur sage, es ist für Dekoration. Obviamente, die Grund, warum ich Animo-Sigile brauche, ist, dass sie auch Möglichkeiten haben, die andere Materialien nicht zu verbringen können. Okay, sag Bescheid, wenn du damit fertig bist. Haha, natürlich. Ich versuche, dass du dir ziemlich überraschst mit dem Ergebnis wirst. Kommt wieder bald. Und bringe mir noch viele Animo-Sigile nächste Mal. Bitte auch besitze, wenn du eine weise und wunderschöne Träume kommst. Ich versuche deine Träume auf deinen Reisen. Danke. Yes, Baby. Okay. Dann gebe ich so immer mein Klepphaus. Ich bin froh, dass du meine Wünsche hörst. Wir sind aber gleich zurück. Ähm... Voilà. Ich danke mir sehr gut und noch weh. Ich bin froh, dass du mich gut bist. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Wir sind froh. Wir sind froh. Wir sind froh. Ich bin 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 froh. Der Sturm mag sich gelegt haben. Osiris aber ist alles andere als erfreut. Können wir da mal verfolgen? Das sind drei Sachen, die man muss immer haben. Stanken, da können wir hin. Ciao, Swan. Ciao, Lawrence. So, ein bisschen Stamina sammeln. Uh! Uh, das war doch eine Chance gescheit. Ich weiß nämlich nicht, da bist du hin, bist du hin, das ist schon weit. Probieren, geht über, studieren. Überprüfe den verdächtigen Ort und beseitige jegliche Gefahren. Das kann ich machen. So. Okay. So. 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 das hat gefällt mir zwar auch nur weil es so mächtig so wassett So. Ich hab schon ganz lange Heu-Futti, Mann. Meh, das bringt mir auch nicht viel. So, gehen wir bei die Last Platz. Bis zum nächsten Mal. Stop! Oh mein Gott. Ich bin mit dem Wind! Ja! Ohohohoho! Cool. Cooler. Ohohohoho! Ohohohoho! Ha! Na min. Ohohohoho! Ohohoho! Ja! Ahhh! Ahhh!! When will it go? Oh, ja, 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 ja! Oh, ja, 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 ja! Freeze! What's the hurry? Come on! Oh, das war nicht so einfach. Da wird man schon viel Leere voll, oder? So, müssen wir aufs Krache. Lecker prätierte Rettichbällchen. Material unzureichend. Da muss ich mal ein bisschen Material hier basteln. Rauscht dann doch hier. Mühl. Mühl. Ich brauche 3. Okay. Okay, dann machen wir das, was wir können, oder? Dann setzen wir den Salat. Steak kann man nicht Süßmariniertes Hühnchen Rattichsuppe So, sprich mit Cyrus Ich werde das nie hier kriegen Okay, äh, sprich mit Cyrus Wo ist Cyrus? Cyrus, 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 Cyrus Ich bin Cyrus Aha, ist alles Ja, okay Beim Fragezeichen Äh, let's go, let's go To Mondstadt Ich müsste ein Mikro vielleicht Pardon, ein bisschen Mino machen Wo? Hä? Hey, Cyrus Du bist zurück Wie ist die Lage? Es gibt immer noch Monster dort In dem Gebiet gibt es immer noch Monster. Was? Die Auswirkungen des Sturms müssen also wohl zunächst abklingen. Es gibt also noch Zeit, Zeit für die Abendweier-Gelde ihre Qualitäten zu zeigen. Es liegt an uns, diese Monster in der Wildnis zu übernehmen, während der Ordo Favonius noch auf die Verteidigung der Stadt und des Gebiets um Mondstadt konzentriert ist. Ich verstehe, danke für deine Hilfe bei der Untersuchung. Ich werde die Missionen, die wir verteilen, neu bewerten. Nimm das als Belohnung. Eine Anleitung zur Freiheit. So, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich noch nicht ganz weiß, was die Insel sagt. Das kann heißen, an Erschmengen, von der Aufgesinnten hat die Steirung beschnärft, dass ich heute extrem viele Sachen kann machen. Gebiets... Ich denke auch, ich bin hier bei drei... Du kriegst das hat dann. Und auch. Ich kriegst dann die Waffe. Ja, scheiss nicht. Ähm, das wäre interessant, wie ich gedacht habe, zu kriegen. Mal schauen, ob das überhaupt geht. Okay, ein Klinger. Ach so, okay. Schön, dass ich ausgehen. Na, ich muss da mal ein Klinger lesen und gucken, was genau. Oder ihr könnt auch in den Comments schreiben. Wer mal eh eine Zeit hat, für Apps zu schreiben, hei. Können wir das gern gesuchen. Ich werde rasch... Okay. Ähm... Da müsste ich mich auch mal ein Klinger raus schaffen. Ich denke, das wäre okay. Ähm... Du kannst auch verschiedene Sachen zerstören. Ich bin... Ich bin... Ich bin froh, ich muss... Was soll das denn bringen? Ich bekomme das Material. Ich werde das mal tun. Ja, das... Zerstören. Ah, der Krämer. Okay, Krämer Kristall. Okay. Gut zu wissen. Ach, mir noch so viele Sachen. Ich bin froh. Ich bin froh, wie das funktioniert. Ich bin froh. Bis minus. Okay. Okay. Also, Noelle gefällt mir richtig gut. Hat das doch schon Stufe U1825-Stategie. Die 2 können wir aber ruhig nachher etwas abmachen. der auch mal Phil, der könnte mal Röschsprühe benutzen. Das magst du immer. Ähm, Lykaia hat gefällt mir auch, hat gefällt mir Manns, leider, wobei Mötzingenbo, ich kann mir vorstellen, dass er da aber Hanno auch relativ viel ausmacht. So, dann natürlich diesen Habt-Charakter, den können wir auch noch ein bisschen abstufen. Da fehlen wir dann auch die Klang, aber das geht nicht, aber es ist sehr wichtig, Level 20. V war es okay, die kann man vielleicht noch ein bisschen upgraden. Da müssen wir dann, kommen wir dann einfach mal die Duh, die Duh, die Duh, die Duh, die Duh. Ja. Voila. Und dann. Oh. Und dann verstärken, ja. So, Verfeinerung. Aktuell stellt beim Erhalten von Elementarkristallen oder Elementarteilchen E% LP wieder her. Okay, aber am nächsten Grad ist dann 1,25. Okay. Kein Material. Oh, gut. So. Wir sind Manuel. Well. What did you do with a buff? Und you are so stark. Gewoon ich den Gefühl. Ah, Schadensbedingungen. Auch der Fakt. So, was hat er heute? 1000 LP. Highly Fakt. 20%. 20%. Okay. Wo die boobidoo boobidoo. Äh. Ui. Okay. Waren wir mal den. Oh. 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 So, dann hast du als Verteidigung noch. Bist du besser? Oh. Sternbild. Du kannst noch immer nicht, Mann. Talente. Oh. 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 Ja, was tun wir danach für Missionen? Was können wir danach machen? Du bist im komischen Vogel, aber es ist wie stark gesehen und wenn ich dabei im Versteck sehe, kann ich das noch nicht machen, weil wir nicht stark genug sind. Ich kann zwar nicht gucken, gut. Ich mag das Momentum aber sowieso nicht mehr nach Tat, was man könnte machen. Wo ist das? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe mich gerade innen, dass Frames wirklich schnell mehr Sachsch oder Drisch können. Geholgen. Genau. Ähm. B-b-b-b-b-b-b. Oh nein. Ich würdedeflß. Innovant? Ja! loudly solltänt sein... ´s verloren. θar ich warte. Und zurück? Ich denke mir, ich zie noch mal hinein. Hay Fabian in meinem Z peribinden. On Warte mal vorne, Mats. Also hast du hier Truppenstufe 15, vielleicht ihr nicht mehr schon. Ich habe ein Elemente von Pyro fehlt noch. So, okay. Dann wechseln es hin und hat wird der Pyro nicht. Ja, ja. Ah, probieren wir das mal. Ja, okay. 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 Ich werde die Prüfung schaffen. Oh mein Gott. Also nutze die vorhandenen Windfelder um weiter zu fliegen und gleichzeitig den angebenden Gegner auszuweichen. Während du fliegst kannst du Bomben werfen. Aha. Und so alle Gegner vernichten. Ich mache mal einfach. Ich weiß nicht, wo schon die Bombe soll hier kommen. RB? Ah ja, okay. Oh, das ist schon leid. Bist du schon leid. Okay. Das war's. Hmm. Du bist ein Natur. Ich wusste, dass du gut wärst. Alles, was jetzt fehlt, ist, einen Raptor zu holen. Los geht's! Oh! Oh! Sieh! Boah, ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Das ist doch etwas zu sehen. Ok... Ah, ok, ja. Das geht. Ah, ja, wird gern. Was ist das? Okay. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. So, ah, der Block. Okay. Das ist immer gleich, äh, Abenteuerstufe. Stufe Zing. So, äh, so nah, küscht. Tu mal hi, nix. Mmm. Mmm. Ei, ei, ei. Das ist wahrscheinlich ein bisschen viel ab, oder? Kann das sein? Ah, okay. Also, ne, okay. Ja, das geht nicht, okay. Hm. Okay. 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 Super, super. Okay. Okay. Now, let's go! Okay. He must be around here somewhere. Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be a raptor! You can't escape! I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl. Why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry. I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it. You're talking to a knight of Favonius Outrider. You'll be sorry when I arrest you. You're right. Oh, he's right there in front of us. If only we could glide across. Oh, so how did he get across? Hmm, is this an art Alimata-Magie? Hat er einen Haken oder etwas anderes Spitzes benutzt? Vielleicht gibt's da eine Vorrichtung dafür. Hmm, I don't see a mechanism and I have good eyesight. Besides, there's nowhere on the cliff that you could build one. Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting away! Ugh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But, but... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the animal god statue in Mondstadt without your windglider. Haha! Also, ich stimme Amber zu, natürlich. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't. Ah, that mom, Philchen, ne? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Genau. Ah, be my witness. Du schaffst das, Kundschaft darin. Raptor says I'll never make it. But, if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now! Back home like a good little girl! Raptor says I'll never make it. But, if you listen carefully... The wind... The wind says I'll make it and that's good enough for me. Also, ich denke mir mal, das war da noch mal Thema. Das passt hier eigentlich. So, ähm... Genau, okay, das war schon... Äh, what? Wir hatten heute zwei... Ziele, bemol. Von da sind ich gekommen. Ich kann aber auch noch nicht zurück. Okay. Puh! Amber! No! You're gonna fall! You're gonna... It's a wind current! She... She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now, sit still and await your arrest, like a good little boy. Hey! Here's something special. My God, terrible. You're open. Disappear! No one escapes my sight. Okay. All right, I got him! I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is seven parts technique, three parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. Uh, it was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed- I kind of missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Um, sorry. Hyman thought you said you passed no problem. What do you mean, exams since then? Uh, well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glides on this, no landings on that. Ugh, every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. Cuts. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from acting Grandmaster Jean sometime. Get out now. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the Outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Ah, getting this gliding license has turned into quite the adventure. Here. I have the own Alright, let's start doing it now. Let's look at the... Oh, is that wrong? I can't go on the card. Let's go to the city. ich will einfach mal hier halt teleportieren so einfach mal hier das dauert aber ein bisschen lang ist die karte gerade so groß voilà hey victoria ja es war einfach kommen wir so nicht bei schwey aber dafür tat es spaß auch also die zwei sachen heißen ganz fein mega toll dann werde ich die meisterschaften gewinnen oh fighting talk it seems you have no idea how terrifying the championship really is well until i kick your butt in the championship i wish you a happy liberating and above all law fighting gliding experience make sure you obey the rules whatever you do don't get your license revoked kann er die wirklich verleihren heu am spiel oh brother wenn du mich fragst das ist ein bisschen riech von amber von wind tapferkeit und flügeln abgeschlossen flug radgeber let the wind lied und bist du da ein lugar gesucht so tun wir da noch heu ah heu war ich ja sowieso schon heu hast nix ist einfach im link wo ist kathedral aha du victor martin ist da auch schon geschwacht aber schatze nike martin was ist los ach auf wiedersehen naja ihr wollt gehen? na gut mit euch leuten aus monstadt hat man eh keinen spaß ja da tat man doch schon schon kein glasch mit dir zu schwatzen schon wichtig missionen so hm 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 abenteuerstufe 10 brauche stufe und du für 15 zählst wir können effektiv moment missionsmäßig nämlich filmen geil otto willkommen in monstadt also gibt es in monstadt interessante orte äh wenn du das erste mal hier bist empfehle ich die kathedrale ja die habe ich schon gesehen wenn du erschöpft bist und dich ausruhen möchtest kannst du zur engelsgabe gehen und den berühmten wein von monstadt probieren ok das klingt schon mal interessant engelsgabe ja das war es mein guter tonic hm wo fahren wir dann ein engel 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 eng Hier steht, wunderschöne gesagt. Floschen? Ja, den hast du gesagt. Wer ist da? Eine Knospe der Offenbarung, die in Folge atemberaubender Schlachten an einem Knotenpunkt des Flusses der Elemente entstanden ist. Möglicherweise sind die Schätze, die sie bergt, in der Lage, die Erinnerungen an vergangene Schlachten wieder aufleben zu lassen. Wusten fürs Einsamen. Zwanzig. Bleiben wir mal. Da kennt man es ja theoretische Enkeheit, Teleporter, ja. Guck mal, was das ist. Also an dem Gebiet war es ja anscheinend noch nicht so wirklich viel. Einen kleinen Fisch habe ich mir geangelt. Einen kleinen Fisch habe ich mir geangelt. Einen kleinen Fisch. Und an diesem Grund habe ich noch nicht verfolgt, ja. Ein Wolfgang. Und das haben wir dann auch noch auseinandersetzt. Einen kleinen Fisch. Hallo, du. Hi. Ah, ist ein Idiot. So. Berühre die Stelle, an der die Elementarenergie austritt. Okay. Windblade. Oh. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ja. Eine Blüte der Offenbarung. Vanilloka, Nektar. Hi, eine Blüte der Offenbarung. Berühre die Blüte des Flusses der Elemente. Also, aktiviere die Blüte des Flusses der Elemente, um die Schätze der Herausforderung einsammeln zu können. Dafür wird folgendes benötigt. Ursprüngliches Harz mal 20. Willst du die Blüte aktivieren? Kann ich die aktivieren? Jo. Wunsch gemacht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einmal da drüber nachkomme. Ähm. So. Hier können wir vielleicht noch die Portale hier aktivieren. Da ist schon eine Blüte irgendwo. Ah, komm mal drüber. Nee. Nein. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Yes. So. Oh, was ist das? Okay, ich gebe dir mal so ein. Ich gebe dir mal so ein bisschen rundherum wandern, oder? Und die aktivieren. Statue anbeten. Hm. Brauche ich mal nicht. Segen der Statue. Nee. Das brauche ich mal nur noch nicht. Hm. Geh mal halber die nächst. Pflanz. Pflanz. Oh Gott. Hü. Pflanz. 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 Oh. Steady as stone. No escape. Oh. With the wind. Yeah. 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 Okay. Leave it all to me. Yeah. 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 I must leave no stone unturned. Oh. 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 So Okay, das ist schon wohl nicht schlecht. Jetzt kommen wir bis zu 4 und deshalb kann ein Diefchen Bauern nachstellen. Schei Futiman Nein Schei Ran Nein Hinweis Schild Ruhe Bereich für Angestellte Mach eine Pause und nimm dir eine Erfrischung Service Naja Ah Hallo Heu aus Engloss Ist dir was aufgefallen? Was denn? Wir haben einen Schlüssel weniger als Adeline Heißt es etwa es gibt einen geheimen Raum? Genau das muss es sein Und dann habe ich beim Bonan bemerkt, dass ganz hinten auf der zweiten Etage ein geheimer Raum ist Echt? Dann ist das wirklich der Raum? Also ich Mich näherte, hörte ich ein klackendes Geräusch Dann habe ich Angst bekommen und wollte gehen Beim Umdrehen habe ich gemerkt, dass Adeline direkt hinter mir gestanden hat Oh nein Komisch war nur, dass sie nicht geschimpft hat, sondern Mich höflich darum gebeten hat, wieder zu gehen Als ich dann wieder auf mein Zimmer war Da ist mir aufgefallen, dass das Geräusch genauso ähmt wie Adelines Schritte Hey Hey Ernest Du bist der Chef Well, das ist nicht schlecht Oh, pardon, 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 pardon Huh? Wo kommst du denn her? Was willst du? Äh, was machst du da? Ich bin der Aufseher des Kellers Manchmal kümmere ich mich auf den Warentransport Das ist ganz locker Genau wie der Inhaber des Weinguts Er bezahlt Selbst wenn wir alles andere aussagen Vorlassen Ist es schon eine Freude in einem Keller Mit unschätzbaren Werten zu arbeiten Wenn du dir allein vorstellst Dass die meisten Menschen ihr Leben lang nichts zu Gesicht bekommen Das so viel wert ist Aha Mal hi, denn Mr. Richman So So, wir werden hier nur hier abkommen, ne? Oh Probieren wir mal Oh ne, na Das kann ja nicht wahr sein Ähm Ja Da kann man doch nicht drauf Ah ja nicht Hm 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 Da bleibt Da bleibt Da bleibt Nach den Hei weh Über den Balkon Was ist das dann? Der Oven Äh, ja Okay Oh, oh, oh Ah Ich glaube da war E-Kristall Da Hm Hm Fert vielleicht in der da poppt So Oh, 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 oh Verlorener Anemokulus So 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 ist das Aber nichts mehr, oder? Ah Ah Doch, du Wann Hm Hm Hup 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 Der Fuchs im Löwenzahnmeer Hup Hup Rang Können wir nicht? Ah doch Beine gut Geh mal mal hin Geruch Gucke Was Du so Gilt Hoho Wie Edel Hm Hm Hmmmm. Und Hildr! Äh. Sitzen, ne? Fester der Nacht, vergiss nicht die Ankunft der Dämmerung. Verliere im Kampf gegen das Böse nicht das Gute in deinem Herzen. So. Viel Lektür. Oh, wer der Gast? Heiner ist der Geschäftsführer, okay. Vorsitzender. Möchtest du ein Geschäft abschließen oder bist du auf Zusammenarbeit aus? Wer bist du? Ich bin Elsa, vielen Dank für dein Interesse. Wenn mein Herr nicht im Haus ist, übernehme ich die Verantwortung für die meisten Geschäfte. Diluc kümmert sich selten persönlich um das Weingut. Deshalb kannst du alle Anlegenheiten direkt mit mir besprechen. Du hast doch sicher noch andere Aufgaben. Oh, du hast ein wirklich gutes Auge dafür. Ich bin nämlich auch geschäftsführender Vorsitzender der Getränkewirtschaftszunft von Mondstadt. Mir ging es nicht darum, meine Bescheidenheit auszudrücken oder meine Identität zu verbergen. Es ist nur so, dass beide Positionen in Anbetracht der Stellung des Weinguts Morgenröte in Mondstadt kaum voneinander zu unterscheiden sind. Die Getränkewirtschaftszunft wird fast vollständig vom Weingut eingenommen. Aber was schmerzt du, Mann? Blablabla, blablabla. Auf Wiedersehen. Das war es. Und das wünsche ich mal ein bisschen heranziehen. So, looten mal. Looten, looten. Gehen wir mal ein bisschen heranziehen. Gehen wir mal ein bisschen heranziehen. Gehen wir mal ein bisschen heranziehen. Was ist das denn? Verschwörung von Raum heranziehen? Okay, das war es dann, ne? Noch ein bisschen. Ja. So, wenigstens Abenteuer Stufe Zing und dann halen wir auch ab. Wie lange soll das noch dauern? Okay, da ist es. Ah, du hast rum zuhengen. Zu vielchen! Das dauert nämlich so lang. Schon immer rutsch. Und nur noch ein paar Sachen. Ich habe ja ledig. Wenn wir da mal raus sollen, dann muss ich denn sagen. Wir brauchen sicher auch ein bisschen zuhlen. Hm. Ich habe bestimmt noch ein Schatz, oder? Ich habe dann noch nicht zuhlen, ne? Aber du hast ja einen... Hast du deinen Küst? Nein. Hallo! Nö, war wohl. Das gehört auch bisschen Erfahrungspunkte. Ich versteh'n zwar nicht, wie weit man die Dose nicht können zubereiten, wo man die Fläche hat. Neun. Ja. Nein, dann machen wir das. Jo, jo. Drei. Äh, ich weiß nicht, Zucker haben wir mal nicht ohne Gründe gemacht. Noch ein bisschen looten. Rettig, 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 Rettig. Rappau. Das erinnert mich schon absteh. Rettig, Rettig, Rettig. Wie geht die Reise? Ich weiß nicht, wer würde das nochmal. leser? Höh! So, hier kann man darin progleich, ne? Scheine Scheideuern. Ah, muss ich robben. Ah, ok. Ah, muss direkt Noelle, direkt mal schützen. Ich muss keine Sten verabschieden lassen. Ich werde das nicht verabschieden lassen. Ich werde das nicht verabschieden lassen. Ja Stone unturned Den ist schon schwer, den Dürf. Stabina. Was ist denn eine andere? Oh ne, ich warte dir nur im voll leben, was soll das? Oh ne, 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 ne! Oh ne, 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 ne! Ich muss keine Schmerzen nicht aufhalten. Untertitelung des ZDF! Nein, 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 nein. So, wo ist die Pflanze? Da ist sie. Genau. Abenteuer Stufe. 10. Fehlt einer Pflanze? Da können wir online spielen. Nein, sag's. Wie weit konnten sie nicht 15 sagen? Und sie müsste so, ne? Oh, komm, ja, ich sag. Okay, ähm. Voilà. Hier ist es mit, ich sag mit. So, danke für den Augenblick. Wir haben gesehen, dass wir den dritten Teil direkt. Bei Genshin Impact. Ciao, ciao.